Ronaldo ist wieder zurück. Die Tore jagt. Cristiano Ronaldo trifft bei Juventus Turin zum 1 zu 1. Aber vorher in der 10. Minute 1 zu 1 für Udinese. Juventus Turin 1 zu 1. Rückstand. Na klar. Ich muss sagen, oh mein Gott, bitte nicht die nochmal Niederlage für Juventus Turin. Besonders ist es nicht. Link in der Beschreibung steht mein Instagram-Name. Und bitte vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Kostenlos hier unten zu klicken. Und nicht vergessen ein Like da und ein Abo da. Juventus heute gegen Udinese. Juventus Turin 1 zu 1. Rückstand. Ich muss sagen, Allegri kommt zu Juventus Turin Trainer. Ich hoffe, es ist mein Wunsch. Und ja, in der nächsten Halbzeit 1 zu neu. Rückstand für Juventus Turin. Und dann in der 3. Minute. Cristiano Ronaldo trifft mal endlich wieder bei Juventus Turin. Das ist eine gute Nachricht bei Juventus Turin. Und Juventus Turin kommt Felix Correa rein. Und Kulusevski kommt rein. Und Morata kommt draussen, ich glaube. Und dann in der 90. Minute. Cristiano Ronaldo trifft in der 90. Minute mit 2 zu 1. Ronaldo siegt bei Juventus Turin. Und das heisst, nächste Woche spielt Juventus Turin zu Hause gegen AC Milan. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Ressler-Sundtag. Macht's gut. Bleibt gesund. Bleibt euren Familien gesund. Und hoffentlich hält die Regeln Abstand. Und ja, ich finde es auch mühsam. Aber ja, hoffentlich ist Corona-Virus vorbei. Aber man braucht Geduld. Es ist noch nicht fertig. Vielleicht kommt noch etwas. Also, weiß ich nicht. Und ich verabschiede mich bei diesem YouTube-Video. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Allegri zu Juventus Turin geht oder nicht. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und vergesst nicht mehr, auf Instagram zu folgen. Und schon wie ich schon gesagt habe, Juventus und beim Abonnieren nicht vergessen. Und ich wollte sagen, hoffentlich hat euch draußen etwas wieder gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal Video. Kommt am Sonntag nicht Juventus Turin. Wegen, ich bin in einer Heim. Und ja.